Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Möchte jemand raten, wie viele Schläge ich heute Morgen gebraucht habe? Jemand gestorben? Was ist denn los? Was ist los? Unser Unternehmen konsolidiert Abteilungen. Dabei sind betriebsbedingte Kündigungen nicht zu vermeiden. Sie feiern mich? 3000 Jobs? Das waren gute Mitarbeiter. Es ist ein Geschäft, kein Wohlfahrtsverein. Ich habe dir immer offen meine Meinung gesagt und das hier ist falsch. Ich muss zu einem Meeting. Ich habe ein Kind auf dem College und ein zweites fängt an zu studieren. Ich gehe nicht mehr in die Fabrikhalle zurück. Eher besorge ich mir eine Kalaschnikow und mache den verdammten Laden hier platt. Mr. Walker, kann ich Sie mal kurz sprechen? Sie haben mich vom Golfblatt geworfen. Du spielst Golf? Gibst den Porsche zur Durchsicht? Es ist wichtig, dass ich erfolgreich aussehe. Hi Sally, danke für Ihre Freundlichkeit, mich nicht zurückzurufen. Falls Sie das noch beabsichtigen, ich wüsste zu gern, warum Sie mich ohne Warnung gefeuert haben. Sie feige, miese, schlampe. Ich frage mich echt, warum Sie sie nicht zurückruft. Ja, tut das gut. Sprichst du das Tischgebiet? Lieber Gott, bitte mach, dass mein Dad wieder einen Job kriegt, damit er nicht immer so traurig ist. Okay, wenn es hart auf hart kommt, ich könnte wissen, wenn Sie eine Hilfe brauchen. Passt zu, wie eine Kalkulation vom Posteingangskorb in den Postausgangskorb zu legen, was? Ich hasse deinen Bruder. Wir werden das durchstehen. Ich bin ein 37 Jahre alter arbeitsloser Versager. Du hast doch Drew, du hast Carson und mich. Du hast doch mich. Hier könnte man was auf die Beine stellen. Es gibt schon einen Plan. Wir fangen langsam an, mal sehen, was passiert. Sind Sie dabei? Du solltest den Job annehmen. Als Handwerker taugst du nicht viel. Ich werde es packen. Wieso? Weil ich an mich glaube, weil ich furchtlos bin und weil ich Leidenschaft habe. Ich werde es packen!